Was? Gerade hat er doch meinen Wald daneben geworfen. Ah, egal. Fucke, Duddle, du! Ich muss jetzt sau langweilig sein. Die selbe Scheiße! Gelle, gelle, gelle. Gelle, gelle, gelle. Oh, du verfickter Hase! Trink doch mal Zielwasser. La, la, la. Komm, fang an zu lachen. Ich hab gesagt, du sollst lachen. Und sterben. Geh doch einfach mal gepflegt. Sterben. Oh. Es ist dumm, den Eiswürfel zu halten. Wie hat er eigentlich seine Hände in den Eiswürfel bekommen? Ich frag besser nicht. Ja, nee. Komm. Was für eine Verarsche. So, wo ist der letzte Ballschmeißende? Assi. Ballschmeißender Assi. Ballschmeißender Assi bitte an Kasse 3. Ballschmeißender Assi. Wieso kann ich den Hinkelstein nicht zerstören? Zerstören. Ich muss zerstören. Doch es darf nicht mir gehören. Na gut, vielleicht kriege ich das mal so hin. Backpack. Nein, 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 nein. Nee, so kriege ich das nicht hin. Ich brauche noch eins. Aber wo ist denn der letzte Assi? Ich habe keinen mehr gesehen hier. Ballschmeißender Assi. Wo sind sie? Hallo. Meierlich, wo sind die Arschlöcher, wenn man sie braucht? Oder liegt hier einfach irgendwo noch so ein Eiswürfel rum? Das ist aber nicht das, was ich suche. Verdammte Scheiße. 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 Ich bin es auch nicht. Ah, da ist er. Gefunden. Na, endlich habe ich es raus. Um Hasen fällt da eindeutig eine Sniper-Funktion. Boom. Headshot. Yay. 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 Boom. ifi-Punkte-Gumpe-Ford. Egal. Ne, ihr habt die 25 Gummipunkte, die es auf jeden Fall nicht wert waren, aber was soll's. Hahaha. Scheißhase. Bye. Ich hab alles gesagt, was ich einsacken konnte... Muss ich gucken, wo ich noch nicht war... Da fehlt ja immer noch so ne Gulledmünzi... Gulledmünzi... Ich glaub, ich weiß, wo ich noch nicht war... Ähhhh... Lauf, Hase, lauuf! Exit the Star... Schor? Schor-Village? Was heißt denn Schor? Egal... Oh! Ähm, ja. Dum 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 dum. Spiele hängen geblieben, aus und vorbei. Kein Taxi und Barney mehr. Hm, Valley. Das ist wohl Landgegner. Muss irgendwie aufs Schiff kommen und... Das hat irgendwas mit diesen hässlichen Platten zu tun. Ah, ja. Dum 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 dum. Ich meine, kann ich nicht einfach umtreten? So... Gibt natürlich nicht. Würde ja auch keinen Sinn ergeben. ....\ m m m m m m. ... m m m m m m. Also jetzt hätte ich gerne eine Sniper-Funktion. So mit Karotten. So Bäm, 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 Bäm. Karotten. Oh, je. Nein. What? W- WTF? Wahrscheinlich muss ich die da da drunter locken. Hallo? Komm her, komm her, komm her. Nein. Genau so sieht's aus. Ha ha, ha ha, ha 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 ha. Wenn du denkst, es kann nicht mehr schlimmer kommen, denk nochmal. Ähm, ja, wenn die Störung jetzt mal machen würde. Ihr habt nichts gemacht. Jeder ist für seine Gedanken gerade selbstverständlich. Was sagen... Na toll, jetzt hab ich's nicht gelesen. Will open, wenn was? Ah, ich werd schon rausfinden. Pa-pa-da-pam-pa-da-pam-pa-da-pam-pa-da. Geh aus dem Weg. Musst du eigentlich mal da rumstehen, wo du nicht gebraucht wirst. Lebern. Zehn Stück. Wo ich angenommen hatte, dass ich keine mehr haben werde nach dem... Dann immer ein Level da. Ähm, 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 ähm. Oh, ein Gummi-Punkt. Aber wie bring ich den da rum? Egal. Das wird sich mir noch offenbaren. Hoffe ich. Pa-pa-da-pam-pa-da-pam-pa-da-pam-pa-da-pam. Gar keine Ahnung, du. Was ist hier? Ein Wolf. Wieso wurde er bitte nicht getroffen? Hallo? Was ist denn für ein Scheiß? Ähm, naja, egal. Uh, das versteckt hinter dem Wasserfall. Der Klassiker. Eiswasser. Woher soll ich das denn bitte wissen? Hä? 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 Ah, ob ich Bugs wohl so weit werfen kann? Kann man ausprobieren. Ah. Hochheben. Kamera drehen. Perfeln. Oh, shit. Mitkommen. Hey, genau. Oder auch nicht. Ähm. Danke. Einmal Hase zum Mitnehmen. Lecker. Lecker Hase. Multi-Glitch. So. Äh. Und gleich nochmal. Hase. Hasenbraten. Lecker. Und jetzt machen wir dann ein Rekord im Hasen weit. Leider doch nicht. Bleibt da unten liegen. Aber, 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 hier unten wird er sicher noch gehen. Ja, das ist ja, das ist ja immer klar. Auf jeden Fall ist es ein Versuch wert. Ich brauche nicht. Jetzt habe ich mir einen neuen Hasen suchen. Aha. Gucken, ob es, was geht hier rein. Aha. 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 Aha.